Ich habe einige Zeit abgewartet, nachdem zunächst dieses Foto in einem bekannten Kleinformat veröffentlicht wurde. Es zeigt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in einer Lockheed F-16. Beide feig sind und lachend, als handelte es sich um ein Spielzeug. Zwei Wochen später dieses unfassbare Foto mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, die im Kampfjet stupide und völlig deplatziert kichert. Ich wartete auf den Aufschrei, doch außer ein paar empörten Laserbriefen rührte sich nichts. Dennoch sind diese beiden empöreten Bilder ein unglaublicher Skandal. Das amerikanische Mehrzweckkampfflugzeug F-16 ist, auch wenn es auf dem Bild vermeintlich harmlos aussieht, einer der todbringendsten Waffenträger der Welt. Man kann sich nicht erinnern, dass seit dem Zweiten Weltkrieg ein Pressefoto erschienen ist, auf dem zwei Staatschefs einander in einer solchen Höllenmaschine angrinsen, oder ein Foto, auf dem die Außenministerin der Bundesrepublik ihre totale Überforderung und absolute Nicht-Eignung für das deutsche Außenamt so offen zeigt. Besonders die beiden Politikerinnen muss man fragen. Haben Sie, Frau Baerbock oder Frau Frederiksen, die blasseste Ahnung, was dieses Kriegsgerät anrichten kann? Haben Sie schon einmal gesehen, wie ein Gefechtsfeld aussieht, nachdem es von den auch atomaren Waffensystemen dieser Kriegsmaschine bekämpft worden ist? Haben diese verantwortungslosen Politikerinnen schon einmal einen zerfetzten Soldaten gesehen? Denn um diese geht es letztlich. Um diese sollte es uns alle gehen. Um die hunderttausenden Soldaten auf beiden Seiten. Denn nicht Frau Baerbock oder Frau Frederiksen liegen nach dem Einsatz der Kampfjets verletzt, zerfetzt oder tot am Schlachtfeld. Es sind die Männer, die von beiden Seiten verheizt werden. Weil eine ganze Politikergeneration, zu der Baerbock und Frederiksen zählen, keine Moral, keine historische Bildung und kein Rückgrat haben. Friedrich Schiller stellt in Wallensteins Lager fest. Der dem Tod ins Angesicht schauen kann, der Soldat allein ist der freie Mann. Die beiden unmoralischen Frauen sind blind und unfrei. Sie haben vom Leid der Welt keine Ahnung. Und es kümmert sie auch nicht. Die beiden haben die Menschen, 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 die Menschen